hallo leute und herzlich willkommen zu diesem neuen video heute spielen wir den flight pilot simulator und wir starten gleich mit dem flugmodus aber zu beginn starten wir mit einer kleineren maschine und wir werden uns ein bisschen steigern hier sieht man schon im besitz welche flugzeuge ich habe aber hier ist das größte 747 ja mal schauen doppeldecker oder wir nehmen den hier für den ersten jetzt kommt die oma wieder und hier auf der seite sieht man den radar da sind wir ruhig und es kann auch oft vorkommen dass wir abstürzen kollidieren ja ich bin immer noch so dollar steuern dahinten den flugkarten an das ist meine lieblings praktische taktik meine fliege weil man halt einfach viel viel schneller ist so wir gehen jetzt mal auf zwei speed und wir landen sanft sauber und wir landen die fluggeste die gut da hat man jetzt gesehen keine ahnung was dort zwar technische probleme im flugzeug so aber okay hat nicht funktioniert hier gibt es noch ein paar ballons die zusätzlich geld geben wie man jetzt gesehen hat so steuern wir steuern den nächsten ballon an stutzflug wir beginnen den steigflug so ein bisschen abdrehen 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 woめ som ichiumi pulAN so ein bisschen abdrehen aber walt зай so ein bisschen in das wird nichts das wird nichts das wird wie wie aber das habt ihr doch jetzt alle gesehen oder ich glaube ich mache ein zweites wieder darüber ja gut mit 200 kmh kann man nicht landen mit so einer kleinen maschine ist das schon schwer genug das auto das flugzeug im auto zu finden wenn ich Auto fahre also wenn ich unterwegs wieder mal so die laden wir jetzt ab brennt danke so jetzt machen wir mal statt das wird auch ich meinte verlassen so verlassen kurz der flug 738 nach irgendwo hebt ab jetzt sie mal vollgas turbo wird echt wieder genau am gleichen wo wir vorher gestartet sind ja das sind wir zum glück fliegt der schneller jetzt kann ich wieder ein bisschen lauter ok ok eine schraube noch steil flug wie man es bei der achterbahn kennt jetzt würden spätestens die alle instrumente auf jetzt holen boah das sound ok spaß beiseite ok leute wir landen jetzt noch mal am selben flughafen gerade eben da wird es jetzt ein bisschen schwerer hier befinden so so wir gehen schon mal runter mal weg ausfahren aber schön wie wir hier fliegen heute wir sind zwar schon zweimal explodiert aber neues flugzeug neues glück flugzeug und jetzt muss man ziehen jetzt muss man ziehen jetzt muss man ziehen Da vorne seh ich nämlich schon das nächste Flugzeug, was hier hinten ist. So, jetzt hier easy. Bisschen komische Töne macht das Flugzeug. Noch eine Schraube! So, fliege durch den Ring, um die Mission abzuschließen. Boah, ich bin die ganze Zeit verschnupft und muss husten. Mein Kopfhör bekommt ich auch schon langsam. Heute habe ich tatsächlich schon vier Aufnahmen, glaube ich, gemacht. Und wir wenden wieder. Den schnappe ich mir noch. Boah, da wird das Flugzeug laut, da wird das Flugzeug laut. Bluh? 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 Moment. Wir haben noch, dass wir hier ein Landerlaubnis haben. Flug 7,5, er… 8. Estee. tower anflug sie macht sie haben lande erlaubnis so langsam sauber und jetzt wechseln wir das flugzeug und jetzt kommen wir zur fettig maschine des tages so entweder die mc Douglas ich glaube die ist relativ hier sieht man noch die eigenschaften oben oder wie heißt er er bus 333 oder die auch anders genannt ok ich nehme aber dass wir nicht abstützen wollen jetzt dürfen wir nur nicht annehmen flug 758 an tower wir bitten um starterlaubnis tower anflug 73 8 sie haben starterlaubnis so dann ziehen wir wieder und man merkt schon das flugzeug braucht viel länger um zu starten so abheben wo müssen wir landen da müssen wir landen da unten da unten zischt gerade der kollege vorbei so fahrrad raus bremse und wir gehen in den landeanflug über meine damen und herren wir landen jetzt im flughafen am berg aber das schaffen wir nicht wir müssen noch mal kurz ein bisschen stoff geben ein bisschen gummi aber das schaffen wir nicht das schaffen wir nicht shit pray pray doch 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 nein 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 okay sorry dafür das war jetzt nur die aufregung weil wir schon eigentlich gesagt da waren der flugzeug schlingert halt voll ich kann es einfach nicht kontrollieren entschuldigung ne das schaffen wir nicht du starten du starten nein wir schaffen es so leute dann hoffe ich es hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten video wieder tschau